Hallo ihr Lieben, jetzt bin ich schon mal ein Charterrapport, Spiritueller Coach in Hamburg, Berlin in der Nähe von München. Ich habe jetzt übrigens auch, was mich der Schema gesehen hat, wurde jetzt auch neulich mal gebucht, auch Sessions für spirituelle Themen. Fühle mich da jetzt fit genug langsam, könnt ihr auch bei mir machen, solange ich zumindest überhaupt Sessions mache. Ja, heute haben wir wieder ein schönes Thema und zwar, ich befinde mich in einer schwierigen Situation mit Life Crisis mit schwerer Verliebtheit und Zuneigung zu einer Seelenverwandten. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Genau, findet meine Arbeit, meine Kurse rund um Bindungsangst, Verlustangst, spirituelle Themen, die ein oder anderen rund um Beziehung, Manifestationskurs Ende Dezember findet ihr auf libysche.de. Ja, ansonsten guckt mal rein auf den schönen Adventskalender auf Instagram, da machen wir auch coole Sachen. So, also ich weiß nicht, was ich machen soll, weil es wirklich einen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Das Video so und so, so und so, blende ich oben mal ein, hat mir sehr gefallen, jedoch aufgrund meiner nicht eindeutigen Situation. Ja, man denkt immer so, dass man jetzt noch eine super besondere Situation hätte, ehrlich gesagt, die dann aber, ja, aus meiner Sicht häufig eben doch nicht so da ist, so, ne, das, aber gut, wir gehen jetzt mal durch. Einerseits habe ich meine Frau viele Jahre lang sehr geliebt und fand sie auch extrem attraktiv. Seitdem wir Kinder haben, habe ich mich, habe ich immer mehr nur die Elternrolle von ihr bekommen und immer weniger die Partnerrolle. Zudem ist ihr Sex auch recht unwichtig und wir hatten im Durchschnitt nur einmal im Monat Sex, was mir viel zu wenig ist. Okay, das hatte ich ihr auch mehrfach mitgeteilt, woraufhin wir irgendeine Abmachung geschlossen hatten, die Ehe zu öffnen. Ja, ist natürlich grundsätzlich in Ordnung, also, mach sein, dass wir in der Zukunft da mehr solche Beziehungen haben, nur, so Stand heute ist, also, ja, blende ich. Und ihr zählt an mit. Eins, zwei, drei, drei Abfüllrechte. Was ist hier nochmal ein? Keine Dreiecke. Ich weiß, also, also klar wäre jetzt unbedingt, ähm, ach, Gott, ich weiß auch nicht, worüber es denn jeder Mail ist, Leute. Holt ihr mich fertig mal. Also, das kann man natürlich machen, ist ja auch gut, dass es abgesprochen ist, äh, trotzdem, es gibt einen Grund, warum ich das immer wieder sage, macht es lieber nicht, es sei denn, ihr beherrscht wirklich zweier Beziehungen perfekt. Äh, geht wirklich aus, aus einer Fülle raus, wo ihr sagt, na, ich möchte aus einer Fülle raus anders leben. Ähm, nicht aus einem Mangel raus und, und, äh, ja, also wie gesagt, ich habe jetzt nichts gegen Leute, die offene Beziehungen führen wollen. Es ist nur einfach, dass es Stand heute, wo die meisten Menschen sind, ähm, einfach nur Probleme macht. Nur fucking Probleme macht, aber ich kann, ich rede ja scheinbar, ich bin der Rufer in der Würste und, äh, es bringt nichts. Ich kriege doch jeden Tag wieder die Dreiecks-Mails, das ist, aber okay, solange es, ich lese sie ja noch weiter vor. Gut, ähm, das Ziel war es natürlich, dass ich mir Sex von anderen Partnern hole und sie damit entlaste, weil die Partnerschaft weiter bestehen bleibt. Bei irgendeinem Gespräch hatten wir uns dann missverstanden, weil ich eine Frau gefunden hatte, mit der ich sehr harmonierte. Ja, das ist nämlich auch das Problem, dann habt ihr da wirklich drüber gesprochen oder, äh, denkt sie jetzt, äh, dass nur du irgendwas machst oder, äh, das finde ich so ein bisschen unklar, ja, ne? Meiner Meinung nach hätte sich an der Gegebenheit nichts verändert, ihre Aussage war wohl, dass sie dann gar keinen Sex mehr mit mir haben will. Ja, offensichtlich habt ihr irgendwas nicht richtig besprochen und du bist jetzt in einem fucking Dreieck wieder. Ja, ich, äh, ach, 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 Keine Dreiecke, 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 keine Dreiecke. Es wäre so viel gewonnen, wirklich. Ah, okay. Sie hat sich immer mehr von mir distanziert und es war maximal noch eine Freundschaft auf Distanz. Gleichzeitig habe ich die andere Frau über mehr schätzen gelernt und so vieles in ihr gesehen, was mir die ganzen Jahre gefehlt hat, was ich eigentlich auch nicht mehr missen möchte. Ja, aber du bist in einem Dreieck, du bist nicht in einer Beziehung mit der neuen Frau. Das heißt, wie das in einer Beziehung mit ihr wäre, das weißt du nicht. Du weißt nur, wie es im Dreieck mit ihr ist. Jetzt geht es aber darum, entweder die Familie aufrecht zu erhalten und das Haus weiter zu betreuen und zu versuchen, meine Frau wieder neu lieben zu lernen und all das, was sie mir aufgrund ihres anderen Typs nicht geben kann, zu akzeptieren. Ja, das wird ja schön funktionieren, wenn das schon bisher nicht funktioniert hat. Ich meine, klar, könnt ihr, kann man immer probieren, ein Paartherapie machen, aber hört sich jetzt für mich nicht nach einem, müsstet ihr ja schon zu dritt machen eigentlich, nicht nach einem einfachen Szenario an. Oder, also kann ich auch zu zweit machen, oder alles aufzugeben und zu hoffen, dass mich die andere Frau, zu der ich jetzt Abstand nehmen musste, immer noch will. Ja, aber es hört sich irgendwie nicht an, als wenn ihr euch auf eine offene Beziehung geeinigt hättet, ehrlich gesagt, irgendwas. Hat sie da die Meinung geändert? Oder, ähm, oder hat sie das gar nicht so verstanden, dass ihr überhaupt eine offene Beziehung habt? Fragen über Fragen. Ansonsten hätte ich natürlich gar nichts mehr. Ja, und das ist genau, was ich meine. Das ist so aus dem Mangel raus, ne? So, und was ich immer wieder gerne sage, auch das wird ja immer wieder in den Wind geschossen. Aber ich kann es auch verstehen, das ist menschlich. Wenn man zwischen zwei Menschen steht, ist es meiner Ansicht nach keiner von beiden, so. Ja, die neue Frau hat mir vieles gezeigt, was in meinem Typ entspricht, und vorher dachte, dass es bei Frauen gar nicht möglich wäre. Ja, aber wieso hast du dann Bindungsthema, dass du nicht einfach mit ihr zusammen bist? Wieso bist du nicht einfach mit ihr zusammen, dann? Also, das ist halt die Frage, was hält dich, was hält dich in diesem Dreieck, ne? Gefühlt sind wir, also jetzt auch emotional, klar, du kannst jetzt immer irgendwie das Haus vorschieben und was weiß ich, aber letzten Endes zeige ich dir deine Frau jetzt einfach eine Grenze auf und sagt, ich habe keinen Bock auf den Dreieck, was aus ihrer Sicht sicherlich gut ist, aber ansonsten hättest du es ja gerne weitergelebt, so, ne? Also, bist du überhaupt bereit zu einer Zweierbeziehung, muss ich auch dich jetzt wieder fragen, ne? Die neue Frau, also, ja, gefühlt sind wir Seelenverwandte, ja, ich halte da, also nicht, dass ich nicht glaube, dass es nicht Seelenverwandte gibt, nur ich glaube, das sind häufig, ja, Menschen, die uns an unsere Grenzen bringen, Themen bringen, und die wir dann aufarbeiten dürfen, um aber dann auch häufig weiterzuziehen, so, ne? Und wenn sie so Seelenverwandte ist, wieso sagst du nicht einfach, dass es so toll ist, wieso gehst du nicht zu ihr einfach, ne? Äh, so, die wir, die sich zum richtigen Zeitpunkt auf den Lebensbahn getroffen haben, ja, scheinbar ja nicht, sonst wette er jetzt zusammen. Ich wünschte, dass es nur eine Verliebtheit wäre, wenn ich es objektiv von aus betrachte, aber das definitiv nicht. Genauso kann ich aber natürlich auch sagen, dass es mir bei meiner Frau früher genauso ging, natürlich unter anderem Vorwissen und anderen Gegebenheiten. Denn damals waren wir auch noch total wild aufeinander. Ja, es ist, warum sollte das jetzt anders sein? Und warum solltest du nicht, wenn du mit der Neuen zusammen bist, nicht auch? Nach, warum sollte sich an dieser Dynamik was geändert haben? Ne? Auf einmal liebe ich nur noch die andere Frau, äh, dunkle Haare, braune Augen und größere Frauen und die gewisse Durchgedrehtheit. Und das ständige Verlangen nach Sex. Ja, das hört sich nie. Hört sich nicht, ich will jetzt nicht sagen gesund, weil wir dürfen so leben. Wenn du Bock drauf hast, dann lebst du. Aber hört sich jetzt nicht unbedingt nachhaltig an, ne? Und wer sagt dir denn, dass das, also ich kann nur sagen, was meine Erfahrung als Paterapeut, wenn eine Affäre, was sie ja ist, oder Nebenbeziehung, meinetwegen auch zur Hauptbeziehung wird, fallen ganz viele Beziehungen auseinander, weil sich, ja, weil sich die ganze Grundlage ändert. Und man könnte ja meinen, es macht nicht so viel aus, aber es macht alles aus, es macht super viel aus. Und vielleicht findest du sie dann auch langweilig und dann gehst du wieder in ein Dreieck, ne? Und dass sie in Liedern mit mir kommuniziert, oh, ich weiß nicht, bin ich nur derjenige, der, der so zumindest im Sommerzusammenhang das immer schwierig findet, ich weiß es nicht. Aber gut, ist, ich hab mein Romantik-Gen so ein bisschen verloren, ne? Dass sie genauso gern Schnulz und Marble-Filmel mag, dass sie gechillt an den Tag hinein lebt und nicht so extrem durchgetaktet ist, dass sie so zärtlich und anders küsst und so weiter 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 und so weiter. Ja, wenn sie so toll ist, dann geh mit ihr zusammen, mach so einfach. Also, ich bin mir sicher, dass die andere Frau jetzt besser zu mir passen würde und wir eine grandiose Zeit zusammen hätten. Ja, dann seinen Mann und akzeptiere die Konsequenzen, dass du das andere verlierst. Ja, so ist das halt im Leben. Weiß ich nicht. Also, wenn man jetzt 100.000 Euro hat, dann kann man entweder nur ein Porsche 911 kaufen oder nur ein Mercedes. Kenne mich nicht mit aus. Was weiß ich, man kann ja nicht beides haben. Ja. Kann man natürlich sagen, ich möchte mir das gerne erschaffen, dass man beides haben kann, aber dann hast du nicht die richtige Frau. Ähm, so. Genauso hatte sie ihr ganzes Leben lang immer nur Pech mit Männern. Ja, ich würde... Boah. Gut, ich sag's jetzt mal so. Für mich wäre das Alarmstufe dunkelrot, wenn jemand eine Frau mir sagen würde, die jetzt über 22 ist, dass sie Leben lang nur Pech mit Männern hatte. Äh, ich würde nicht mehr denken, ich könnte diese Frau retten und mit mir wäre es anders. Ich würde davon ausgehen, das ist jetzt mit mir genauso. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Das kann man natürlich jetzt nicht verallgemeinern, wenn du meinst, dass das mit dir jetzt anders ist. Aber hört sich für mich so nach so einer typischen Falle für Männer an. So, jetzt mit mir ist es jetzt anders. Und, ja. Ähm, weil sie ist ja auch im Dreieck. Wieso sucht sie sich nicht jemanden, der frei ist? Ja, hat's ja... Ich weise auch gerne mal hin auf mein Video. Das bindungs... Sorry, bindungsängstliche Dreieck. Ja. Auch ein Klassiker des Liebeschippkanals. Klassiker des Liebeschippkanals. Ähm... So. Er hat immer nur Pech mit Männern und dass sie endlich einen Mann findet, der ihr all das geben kann, was sie braucht. Oh, wow. Du bist echt in Schwabbel, mein Lieber. Mein ich, aber... Und ich weiß, dass ich das könnte. Und ich kann es nicht ertragen, dass sie schon wieder von einem blöden Mann zum nächsten gerät, der sie verletzt und ihre Zeit stiehlt. Eieieieiei. Oh, also das würde mich so anträgern. Aber... Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Hm. Ich würde so gern für sie da sein. Ja, das sagen ganz viele Männer, die bei mir sind. Aber aufgrund unseres Verlangens... Und der Ansage, meine Frau gibt es aktuell nur den Weg auszessen, ob die alte Beziehung noch tragfähig ist. Nö. Kannst du auch zu neuen Kindern. Dann sei ein Mann und ertrag die Konsequenzen. Ja. Ich würde so gern... Ich weiß es nicht. Das sind viele Zugeständnisse, die meine Frau macht. Und ich schätze... Das schätze ich an ihr. Aber gefühlt ist es auch schon weniger geworden. Seit dem Kontaktverbot. Davor hatte sie sich auch endlich mal weiblicher angezogen und so weiter. Und ich habe sie darauf angesprochen, darauf kam, dass sie das nicht immer machen möchte. Und ja, sie wird sich jetzt auch nicht hundertprozentig ändern. Jetzt habe ich berechtigt gewisse Sorgen, dass sich alles, was jetzt besser ist mit der Zeit, wie er zum Schlechten entwickelt. Ja, mit Recht. Obwohl es aktuell schon ein Kompromiss ist, mit dem ich entweder leben kann oder einen Schlussstrich ziehen müsste. Inklusive natürlich Planen, wie wir es noch mit Kindern und dem Kredit vom Haus machen. Ich würde sie definitiv nicht im Stich lassen. So bin ich ja nicht. Das bin ich ihr schuldig nach all den Jahren. Ich weiß nur nicht, ob ich mich jetzt einfach damit abfinden sollte, so wie meine Frau es ja quasi auch tut. Also meiner Ansicht nach sollte man sich nie einfach abfinden mit irgendwas, sondern immer gucken, wie kann ich mein Szenario wieder erweitern. Aber die Entscheidung, wer soll die, die abnehmen? Also natürlich ist das total schwierig mit Kindern und Haus. Aber wer soll dir da raten? Also das sind so gravierende Entscheidungen. Das kann dir keiner sagen. Also ich sage, wie gesagt, also mach eine Entscheidung und akzeptiere die Konsequenzen. Aber welche Entscheidung, wer soll dir das sagen? Akzeptiere die Konsequenzen. Das Leben bringt uns in solche Situationen, damit wir wachsen und zu uns finden und unsere volle Kraft finden. Ich denke, darum geht es hier. Und welche Entscheidung das dann ist, ich weiß nicht, ob es, ich will jetzt nicht sagen, dass es egal ist. Also deinen Kindern ist auf jeden Fall nicht egal, aber ja, das musst du wissen. Oder ob ich die Frau, die mich zumindest aktuell extrem bereichern würde, als meine neue Lebensgefährtin nehme und ihr auch weitere Qualen erspare und sich irgendwie eine Lösung für alle geben könnte, die sich ja nicht einfach wird. Und ja, mir gefällt halt dieses ganze Drama und dieser ganze Hype und wir würden ja so gerne und also erfahrungsgemäß, ich kann natürlich nicht sagen, ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickelt, aber erfahrungsgemäß, sobald das Dreieck aufgelöst wird, gibt es ganz andere Probleme. Das, die Stabilität lag halt hier im Dreieck, so ne, und ja, aber du kannst es nicht, also kannst auch zu Lego schreiben, wo macht ihr keine runden Steine anstatt eckige, sie machen halt eckige Steine, also, und die Situation ist jetzt, wie sie ist. Und ja, du kannst scheinbar nicht deine Frau und diese andere Frau nicht zusammen haben, ja. Ja, ist so. Aber das zu akzeptieren und dann seine eigene Entscheidung zu treffen, das würde ich sicherlich weiterbringen, ne, glaube ich schon. Nur fall nicht so in diese Romantikfalle und diese, diese, wie nenne ich das immer, diese Pretty Woman Falle, ne, dass du diese arme Frau, die immer nur Pech hatte, erlöst und dann seid ihr beide glücklich, happy ever after. Ich kann es natürlich jetzt nicht ausschließen, aber, ähm, halte ich für unwahrscheinlich, weil sich ja an euren Anziehungspunkten nichts geändert hat, so, ne. Aber, wer weiß, keine Ahnung. Demnach im alten leichten Unglück aushauen und versuchen, alles wieder hinzubekommen oder viel Aufwand und Unglück seitens der Kinder durchstehen und das Leben genießen, als ob es eine neue, bessere Variante wäre. Ich weiß wirklich nicht, was ich da machen soll, vielleicht kennst du ja ein paar sinnvolle Tipps, sinnvollere Tipps als eine neutrale Gegenüberstellung der positiven und negativen Themen. Ähm, ja, das ist doch schon eine gute Sache und, äh, ja, ich würde mal überlegen, wenn du irgendwann auf deinem Totenbett liegst, falls wir nicht alle, äh, egal. Also auf jeden Fall, falls du irgendwann auf deinem Totenbett liegst, welcher, mit was könntest du besser erleben, ne. Das ist immer eine ganz gute Übung und, äh, das ist aber auch so eine Charaktersache, ne. Also ich persönlich würde immer sagen, äh, also ich bin sehr risikobereit irgendwie, aber, äh, ne, immer würde ich, also ich weiß jetzt nicht, wie ich in der Situation entscheiden würde, weil ich, Familie und Kinder sind auch, aber auch total toll, ne, weißt du ja, und, ähm, aber ich würde nicht in irgendwas bleiben, was sich nicht stimmig anfühlt, so, glaube ich, aus heutiger Sicht. Ähm, aber ich würde jetzt nicht denken, dass das Neue funktioniert, also das, das ist halt so ein, dass du halt auch irgendwie nicht alleine sein willst, du willst, du willst, ich habe das Gefühl, du willst kein Risiko eingehen, aber das geht nicht mehr, du musst ein Risiko eingehen, ne, entweder die neue Frau zu verlieren oder die alte Frau zu verlieren, so, aber das sind die Sachen, die uns zu, ja, zu taffen Menschen machen, dass man durch sowas durchgeht und eine Entscheidung trifft, mit der man selber leben kann. So, ne, weil du musst damit leben kann, niemand anders, ne, das ist, aber, wie gesagt, wenn, äh, wenn das so sicher wäre, dass das mit der neuen Frau alles so toll ist und so sexy und lustig, ich glaube, du hättest mir nicht geschrieben, so, ähm, wenn du es selber, wenn du selber davon ausgehen würdest, dass das so klar wäre. Naja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wieder sehen. Naja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wieder sehen. Vielen Dank.